Hallo, jetzt sind wir bei der Winterlubine. Die ist auch ungefähr zwei Wochen alt. Die ist auch schon schön rausgekommen. 100 Kilo haben wir da gebaut. So, ungefähr zehn Zentimeter. Schauen wir mal da rein, wie so eine Lupine da drinnen ausschaut. Ja, da unten zehn Zentimeter ist der feuchte Boden, da haben wir auch das Saatgut abgelegt. Das sieht man noch. Wurzel. Schon sehr tief drinnen. Schauen wir uns das an. Fokussieren. Sehr schöne Wurzeln. Und oben schaut sie so aus. Einmal haben wir Blindhacke gemacht und jetzt kommt dann bald Regen und nach dem Regen werden wir noch einmal einen Hackdurchgang machen. Da haben wir schon einmal ein bisschen größer entwickeltes. Genau. Wir bleiben am Laufenden. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.